Hey, du bist allein, hast keine Freunde, fühlt sich dir kässlich verzweifelt, ich mach die Musik an. So ist immer an deines Lebensstern, weil der dich hier im Schnelle nehmen an, hier ist kein Platz für dich. Wir spielen ein bisschen Tony Hawk's Pro Skater 3, ähm, hab ich früher mal auf PS1 gezockt, aber ich hab jetzt endlich mal einen Emulator zum Laufen gebracht, wie ihr hier gleich den Steam sehen könnt. Ne, könnt ihr nicht, weil das Steam-Ovalet hier nicht tut. Da steht nämlich, ähm, nicht Waste the Great, weil heute gibt's Battlefield 3 umsonst, deswegen hab ich Battlefield 3 for Free genannt. Ähm, in non-Steam-PSX-Games. Wir gehen jetzt hier mal schnell auf den 6-Score, hier auf Foundry. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel geht, ich hab's so lange nicht mehr gespielt. Wie kann ich mir die PSX-Games runterladen? Was sag ich denn nachher? Es geht gleich das Overlay weg, Moment, ich kann hier noch schnell antworten, oder? Ne, kann ich nicht. Und press X to play, okay. No, geh weg, Overlay. Seht ihr, das ist schwarz. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie die Special Tricks gehen. Ich musste hier doch, ähm, links-rechts Dreieck für Dark Slate, aber ich bekomm's nicht hin, schade. Mein Dark Slate ist einfach nur Punkte. Ich muss erstmal Speed gewinnen. So. Ähm, ja, und während ich jetzt hier mal ein bisschen rumcruise, und versuche die 75.000 Punkte zu knacken, ich kann's ja noch ein bisschen, das ist gut. Oh, shit. Nein, 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 nein. Würde ich mal sagen, wir haben hier gerade jetzt mein 250. Video am Laufen, und... Wieso hab ich noch Kreis gedrückt, Alter? Und ich will jetzt in diesem 250. Video mal ankündigen, ich würde ab jetzt versuchen, jeden Tag ein Video zu bringen, kann sein, dass an manchen Tagen einfach gar keine Videos kommen, weil ich nicht da bin, oder irgendwie andere weiter ich beschäftigt bin, aber hauptsächlich werde ich jetzt wirklich versuchen, mal jeden Tag ein Video zu bringen. Und, ja, warten wir mal sehen, ob das gut läuft oder nicht. Ich hoffe ja mal. Das war scheiße von mir. Also wie immer, so montags ein Random Video, dienstags ein Random Video, kann alles sein, mittwochs ein Commentary, Donnerstags, let's play, werde ich ja in Zukunft jetzt auch mal anfangen. Und zwar... Ape Escape. Also, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, ist auch ein PS1-Spiel, wollte ich ja auch über Ebonator zocken. Spiel ist auf jeden Fall super, ist auch super so ein Let's Play, dauert nicht allzu lang, ist schon ziemlich spaßig. Ja, ich kann echt nicht mehr spielen. Dann haben wir noch... Freitags, wie immer, die Warframe-Videos. Und, ja, ich lege jetzt gleich auf die Schnauze, ne, doch nicht, ist gut. Ich kann nicht mehr landen, lol. So geht das, ja. Können wir sich so richtig geilen Punkte-Multiplier holen. Ja, schade. Es ging besser. Dann Samstags auch wieder das Play, Sonntags ist der ja, Snack was Sunday. Und, ja, das war ein miserabler Score. Ich war schon besser. Ähm. Ja, außerdem habe ich mir jetzt Twitch-Dings angerichtet, also... Nein. Kann keiner ein Ball over the Halfpipe. 16.000 Punkte für einen Jump. Ist auch nice. Wow. Das wäre fast noch in die Hose gegangen. Hier erstmal wieder ein Speed-Gain. Ja, und dann wollte ich halt jetzt auch fast jeden Tag streamen. Was heißt jeden Tag? So oft ich halt kann, weil ich streamen. Also jedes Mal, weil ich kann, weil ich halt dann streamen. Einfach mal anmachen, ein bisschen streamen. Ich weiß nicht, ob ich aufs Facebook, warte ich halt mit meinem echten Profil, Dingsen. Und nicht mit Waste the Great, weil... Keine Ahnung. Das müsst ihr wissen, aber ich weiß es nicht warum. Ich glaube, ich habe die 75.000 Punkte jetzt auch im Sack. Dann kann ich das Video auch gleich ausmachen. Ui... Bamm. Mal sehen, ob ich die 100.000 Snack. Wollen wir mal schauen, ob ich auf die... Ich jetzt gehe. Ich gehe mal auf die 100.000, Alter. Das schaffe ich. So, ich habe fast umgefallen. Six Goal, 100% ausgesetzt und der Ex-Wuhu. Oh, shit. Der war aber geil gewesen. Hier ist wieder ein Speed Gain und zack, zack. Und zack. Oh Mann, jetzt ist das geleckt. Ich darf es nicht auf den Leck schieben. Auch wenn der Leck eigentlich schuld war. Hihihi. Huiui. Und zack. Und... Shit. Nein, was tue ich denn da? Egal, 90.000 Punkte. Juhu. Ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag. Morgen. Dann Warframe-Video. Hat sogar ein Thema. Müsst ihr euch ansehen. Das war ein Warframe-Video. Müsst ihr euch ansehen. Müsst ihr euch ansehen. Safe-Career auf jeden Fall. Ja. Was findest du für Memory-Card auf meinem PC, Alter? Ja, und neben dem wunderschönen Tag wünsche ich euch auch noch alles Gute für, was auch immer ihr tut. Seid ihr auch voll krank? Ich gehe jetzt erstmal, keine Ahnung, meinen Stream besser einrichten, weil letztes Mal hat er ein bisschen geleckt, hat da jemand gesagt. Und ja. Man sieht sich dann. Ich wünsche euch jetzt wie gesagt jetzt zum viertausendsten Mal einen wunderschönen Tag und ja, genieß die Sonne. Bei mir regnet's. Bei mir regnet's, lol.